Klimafreundliche Jugendreisen planen und politisch aktiv werden. Dabei unterstützt dich unsere Climates-App. Mit Climates bekommt ihr eine Fülle von Planungselementen an die Hand. Mit dem CO2-Rechner erstellt ihr eure Jugendreise und kalkuliert den CO2-Fußabdruck eurer Gruppe. Ihr vergleicht ihn mit anderen Trips und übermittelt die Einsparerfolge an uns. So fließen sie in die nationale Klimaschutzinitiative ein. Zu eurer Reise könnt ihr jetzt Elemente hinzufügen. In der Rezeptsammlung findet ihr leckere Gerichte, könnt Mengen für die Gruppe berechnen und bekommt Zubereitungstipps. Mit der Karte von morgen entdeckt ihr zukunftsorientierte Orte, Initiativen und Unternehmen. Die Rubrik Inhalte hält Inspiration für Aktivitäten, Methoden oder Spiele parat. Und Ideen, um aktiv zu werden, gibt der Handel-O-Mat und der Handabdruck-Test. In eurer Jugendreise könnt ihr eure CO2-Bilanz und gespeicherte Orte, Rezepte und Inhalte jederzeit einsehen, euch Notizen machen und Tagespläne anlegen. Jugendreiseplanung war noch nie so einfach und nachhaltig. Lasst uns mit der App zeigen, dass wir Jugendreisen klimaschonender machen können. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen.